Hallo Leute, hier bin ich wieder! Und seid ihr auch bereit, unseren kleinen Koopa Troopa durch die Snowy Happiness zu begleiten? Ich bin's nicht, aber ich mach's trotzdem. Nicht, dass ich das jetzt nicht spielen will oder so. Oh, ein Riesenpilz. Oh, hier bin ich. Ähm, aber ich hasse Schnee. Das, glaube ich, hat man in einigen Jahren meiner Videos schon gemerkt. Hm. Ähm, mäm, 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 mäm. Fuck, ich muss erstmal kurz mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Moment. Äh, oh mein Gott. Ohne Worte. Hallo, äh, irgendwas. Hallo, mein Brüderlein. Schmeiß dich jetzt? Oh mein Gott, ich hasse das. Ohohohohoho. Nein, das ist pervers. Das hat niemand gesehen. Gewer so wenig, wie ich diese, diesen ... Ah, diese Bombe gesehen hab. Da geht's auch nicht rein. Uzi. Mm, äh, scheiße. Ich renne gegen Münzen. Und ich habe eine Feuerblume. Ich werde von einem Chuck verfolgt. Ratsch! Wiggler, äh, diesem... Ich sag mal Wigglers zu denen. Why? Irgendwie sagt mir irgendwas, dass das Wigglers sind. Aber naja. Das war schon wieder so eine epische Pose. Habe ich es mal von meinem lieben kleinen Cooper-Freund. Schuss. Oh, böser Schuss. Das wird wahrscheinlich nur ein Pilz sein. Den ich nicht brauche. Äh, uh! Och Gott, dieser Rex da oben ist ja echt süß. Dass das hier so glatt ist, ist alles andere als süß. So, verschlossene Tür. Doink. Komm mal mit, bitte. Das heißt, ich brauche hier irgendwann einen Chalüssel. Was könnte denn das da oben nur sein? Okay, dieser Hidden Exit war ziemlich, äh, simpel. Ich werde den jetzt auch mal verwenden. Das heißt, ich werde dann nochmal durch die Snowy Happiness wahrscheinlich müssen. Tilli! Äh, ja. Hätt's gedacht. Was? E? Modern Fortress. Oh, das schauen wir mal. Draußen schneit's. Da ist ein Infoblock. Mit einer Fede? Will ich die Fede? Ja. Ich habe einen Schwanz. WTF? Oh no, the way is closed. You have to enter. Was? Oh Gott. Oh Gott, wie Hammer ist denn das? Was? Was, was, was? Oh wa! Oh wa! Oh wa! Oh, leck mich ja doch am Anus. Wie soll ich denn hier das Ding finden? Ich bin kein Trojaner. Wo ist denn hier überhaupt was? Ui. Kann nicht, muss ich das... Ah, das ist ein Boss. Warte mal. Ui, ich glaube, der könnte... Jetzt habe ich jetzt gerade zu spät gemerkt. Könnte interessant werden. Naja, obwohl eigentlich... Ah! Es ist halt ziemlich riskant. Wenn ich jetzt hier so stehe und den andütze... ...kan der mich ziemlich leicht treffen. Uh, wow, 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 wow. Ah! Nein! Windows 98! Oh. Ich speichere einfach nur... Oha! Oh. Komm her! Ich bin ein böser Trojaner. Für Sparta... Nein, das war was anderes. Scheiße. Ach, egal. Stirb bitte. So, ich habe den Computer erfolgreich gehackt, nehme ich an. Und... Mach mal so laut aus. Tatsache. Hallo, ich bin umbefugt in dieses Schloss eingedrungen. Deswegen hätte mich auch dieser Wumpf fast zerquetscht. Grüß dich. Du kleiner, mieser, nackter Cooper. Ui, Carmec. Das schaut irgendwie witzig aus, wenn der stirbt. Mit nur einem Leben lebt sich's schlecht. Ah! Verdammt, hier ist es ja... Oh nein! Feuerblume. Hallo, Carmec. Kann man dich wegpusten? Nein, das ist Carmec. Jetzt, wie erwartet, war der Knochen trocken lassen. Auch... Rahahahaha! Fück! Ha! Komm, Wumpi! Äh, 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 äh. Geht's noch? Hallo? Ich mach hier trotzdem mal ein Save. Nie! Nie, nie, nie! Doppelt nie! Das schaff ich jetzt in dir... Nein, so schaff ich das nicht, aber wenn ich einen Drehsprung hier mache... Ja, hax! Prrrr! Noob! Hallo, Knochen trocken! Uuuups! Oh ja, schieß hier rein! Ah! Exit! Danke! Gottes Willen! Hä? Pipe. Hm, ich schau mal kurz, wohin die führt. Oh mein Gott! Jacked Madness! Nice music! Are you fucking crazy? I will not ride on this! My God! Die alone, Luigi! Cool, Blitzugaddy. Okay, you don't have to go. Go back to Mushroom Kingdom and tell everybody that you ran away and are a coward. Hey, das ist doch eb... Hi! Oh nein! Ich kann schießen, das ist schon mal sehr praktisch. Hahaha! Das sieht schon aus! Man gestattet, dass man mir... Dass ich hier etwas speichere. Weil genau sowas passieren könnte. Hä? Heikes! Kann ich irgendwie... Ne, beschleunigen oder so? Ist nicht! Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an diesen... An dieser eine Level von... Brutal Amaria! Kotz, kotz. Haha, I win. Oh ne, oh ne, oh ne. Sag bloß nicht, dass das... Eieieiex. Eieiex? Eiex? Hupf. Gut, ich hab hier wenigstens noch ein bisschen dick. Ehehe. Ehehe, ich hab nie was behauptet. Drehsprung. Ah doch, könnte ich kotze in mehrere Richtungen. Ich sterb einfach mal so. Ich glaub, ich sollte da hinten nochmal einen kleinen Save machen, weil das könnte etwas tricky werden. Selbst für Noob-Dommy. Äh, gut. Ist in Ordnung. Huh. Huh, nope. Huh. Äh, no. No. So. Muss ich jetzt ein bisschen später springen. Huh. Das könnte interessant werden. Save. Ha. I win. Feil. Ja. Noch so schlimm war die meinen Dings doch gar nicht. Ah. Ja. Give me that. Uh. Ähm. Moment. Wer war, 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 war's? Mie. Abstützen und. Oi, oi, oi. Hoi, oi, oi. Mein Bruder. Alk. Gut. Alk. Fück. Fück. Hm, ich glaub, der Schildkrötenpanzer da wär eigentlich für was anderes ganz praktisch. Lopp. Eieieiei. Beeks. So, wie macht man's das im Dümmsten? Ja, das ist schon mal so eine Schwierigkeit, die ich mag. So ist es. OptiBubble. Na, 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 na. Äh, gut. Das hat also nie was gebracht. Ich bin jetzt einfach nur ein bisschen gefahren. Naja, na gut. Machen wir halt nochmal schnell die Snowy Happiness. In einem Speed Tempo. Ah, ich mag das. Hm, ich nehm mich mal mit. Du bist mir sympathisch. Deswegen. Ich glaub, der kriegt da einen ziemlichen Drehwurm. Scheiße. Nein, nein, nein. Hä? Brau ja nicht. Rutschen! Ui, x. Irgendwo. War was. War was. Volle Leben. Nein, hab ich nicht. Scheiße. Mff. Hikes. Hikes. Bistelstanz. Ach, da war wieder dieser doofe... ...Typ drin. Wiggler. Oh, sie ist wieder zu. Wuppa! Schauen wir mal, ob ich noch ein bisschen Skill hab. Na, das war jetzt noch im Schaftbahnbereich. Weich. Yo, Alter, yo. Ich bin so tight. Kud in the house. Du hinkst. Du hinkst. Du hinkst. Ich hasse Schnee. Oh, hopp. Oh, ich genieße dieses... Ui. Uiuiuiui. Hopp. Ninja Koopa. Waaaaaah. Iiih! Teenage Mutant Hero Turtle. Kud. Der fünfte. Yay! Schaffen auch alle Willen. Hm. Ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Wir schaffen das. Ich glaub an euch. Windywell. Windiger Brunnen. Yoshi's Island Musik. Ui. Uh. Gott. Oh mein Gott. Ja, ich seh's. Ich rase hier richtig. Ux. Ach, das heißt wahrscheinlich neutral gegen Wind. Man merkt's auf... Ha. Pssst. Sag mal. Hammer's jetzt bald. Ich sollte hier echt aufpassen. Ich hab schon gedacht, das wird was, aber... Blub. Alter Schaffer. Uch. Tch. 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 Ha. 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 Hatsch. Tch. Ha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist echt komisch zu steuern. Ich muss jetzt hier mal einen Zwischen-Safe machen. Oh Gott. Oh Gott. Ey, das war ja schon fast epic. Ja. Nö. Notiz. Prrrr. Nein. Lea, ich will hier raus. Ey. Das war wirklich nicht einfach zu steuern. Ja. Not-Hot-Not-Not-Not-Vulcano oder Hot-Hot-Vulcano? Hot-Hot-Vulcano oder Not-Hot? Ach, scheiß drauf. Ja, das kann jedenfalls beides sein. Und ich sag mal, das reicht an sich auch. Und wir in den Vulkan, entweder in den heißen oder kalten, sehen wir ja, steigen wir das nächste Mal. Ich mach jetzt einen kleinen Safe und wünsche euch noch einen guten Morgen, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Ja, und sagt mal, hau ran. Ciao.